Menschenrechtsverletzungen und damit Verletzungen der Würde sind ja weltweit, aber auch bei uns leider immer noch an der Tagesordnung. Und als ein Mensch, der sich für Menschenrechtsbildung interessiert und auch engagiert, liegt mir immer daran, wie können wir handlungsfähiger werden, jeder von uns und wir sind stärker zusammen und deswegen interessiert mich der Austausch. Ich fand die Fragen spannend, weil sie auch noch mal neue Fragen generiert haben, weil sie Austausch befördert haben, mir noch mal neue Perspektiven gegeben haben und mir auch gezeigt haben, dass wir auch mit herausfordernden Fragen zum Thema Wert des Menschen umgehen können und dann können wir das auch in einem weiteren Rahmen in unserer Gesellschaft, in unserer politischen Diskussion und das ist spannend und das gibt mir Hoffnung, dass wir bei dem Thema weiterkommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.